moin leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem kanal danke dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und ja heute geht es weiter denn wir brauchen die key karte also den schlüssel für diese tür und das suchen wir jetzt denn wir sind das anscheinend überflogen oder auch nicht oder die ist unten trotzdem noch weil hier oben ist sie nicht müssen wir halt hier nochmal gucken hier waren wir eigentlich auch drin so gleich nochmal hier rein hier ist auch nichts zum looten hier nochmal rein hier waren wir überall hier hier im ganzen flur waren wir und müssen ja dann dort hoch irgendwas haben wir übersehen hier können wir nicht dann müssen wir nach oben ne entweder die ist irgendwie unten noch oder sie ist halt oben da müssen wir uns halt merken das geht noch weiter höher dafür aber nur zwei türen hier unten also hier im flur müssen jetzt mal schauen dass wir platz schaffen wasser und füren damit da können wir noch mal kalorien nachschaufeln gut zwei plätze haben wir hier weiter jetzt gib Ruhe ja wahrscheinlich ich treff den nicht, ne? wir haben auch nichts, um die Blutung zu stoppen, glaube ich die Blutung zu spüren So mal überlegen, hier waren wir, hier waren wir hier vorne auch, Inventar ist voll, wie wir zehnmal aufgehen, hier waren wir 40,000,000,000,000,000. ja wir haben einfach zu viel mit jetzt das ist auf jeden fall heilung gut zion auch Okay. Das ist voll eng hier. Nochmal rein. Das ist voll eng hier. So. Das ist voll eng. Das ist voll eng. Das wird nicht gut. Ein... Das ist voll eng. 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 Ja.. Oh, diese Würmer wieder, Alter. Ich habe schon gedacht, was war das denn jetzt schon wieder? Ja, komm doch mit rein hier. Ja, noch einer. Okay, das reicht. So. Ah, Inventar ist voll. So, Ruhe jetzt. Konzentration. Ja, natürlich. Hier ist auch ein Bahnhof. Kann ich nicht mal vielleicht fünf Minuten alleine sein? Nee, geht das nicht. Mit dem Bahnhof war nicht wörtlich gemeint. Ernst gemeint, meine ich. So. Wo war denn das? Ich glaube, das ist ganz unten hier. Stark. Obwohl, das hier ist... Nee, das bleibt. So. Gut, sind wir jetzt durch oder noch nicht? Hier brauchen wir... Ich glaube, hier sind wir auf jeden Fall fällig. Hier waren wir... Nicht. ... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, das ist halt schade, ne? Das ist eine Pistole. Okay. Mal schauen, ob der Medikamente hat. Ah ne, da hat er ja Dings hier. Pondition. Ja. Klar. Ja. Noch ein Bier. Zack. Ich hoffe, hier waren wir schon. Oh Mann ey. Diese ganzen, ähm, ja, Gänge hier und so. Ja, ich glaube, wir müssen das so machen, dass wir doch, oder? Ja, wir kämpfen uns hier mal durch und gucken mal, ob das der letzte, ähm, Aufstieg ist. Wahrscheinlich wohl so. Ja, hier geht's nur wieder runter. Ja, gut, das ziehen wir auf jeden Fall durch. Dann hier gleich an. Außer es wird noch so ein Flur. Also, noch ein Flur und noch ein Flur. Dann müssen wir doch mal hier unser Loot wegbringen. Ja, scheiße. Also, noch ein Flur und noch ein Flur. So, noch ein Kaffee kann noch. Ist halt gut für Kalorien. So, hier ist keine Türe, ne? Denn wir haben hier vorne auch noch zwei Leichen. Müssen wir auf jeden Fall irgendwie Platz schaffen. Ähm. Amen. Schwierig. Hier haben wir Heilung. Schade, ich habe gedacht man könnte das erstmal dahin legen, dann holen. So. Gut, wir haben einen Platz. So. Aber trotzdem sind wir jetzt voll wieder. Einfach viel zu viel Stuff mit. So. 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 So.